Der Vorteil unserer Messepräsenz ist ganz einfach, dass auch der Kunde hier die Gelegenheit hat, in Kontakt mit unseren Mitarbeitern zu kommen, die doch sehr standortspezifische Kenntnisse haben. Wir arbeiten hier in Berlin mit sieben Mitarbeitern. In der Regel sind vier bis fünf vor Ort auf der Messe, sodass also auch der Kunde dementsprechende Informationen erhalten kann, bezogen auf seinen geplanten Baustandort. Und diese Kollegen können ihn dann natürlich auch dementsprechend bei der Bauplatzsuche unterstützen. Also auf den Messen präsentieren wir insbesondere zum einen natürlich Hausmodelle, wo der Kunde auch mal am Modellhaus sehen kann, wie die Raumaufteilung dementsprechend gestaltet ist. Er kann den Baustoff anfassen, auch den präsentieren wir auf der Messe. Und er kann sich natürlich auch über Wärmepumpentechnik informieren, die er also vor Ort auch mal bestaunen kann. Und die verschiedensten Systeme, also alles, was dort zum Einsatz kommt, haben wir in der Regel dann auch auf dem Messestand präsent oder sind zumindest mit dementsprechend umfangreichen Informationsmaterial ausgestattet. Also unsere Häuser sind generell massiv gebaut, wobei wir seit Jahren die Blähton-Bauweise favorisieren. Vorteil von Blähton ist, dass es ein sehr natürlicher Baustoff, steht also aus Ton, Baustoff, mit dem seit Jahrtausenden gebaut wird, was für den Bauherrn den Vorteil hat, dass er ein sehr gutes Raumklima in seinen Wohnräumen letztendlich hat, geringe Baufeuchte und natürlich auch den Vorteil, dass wir hohe Genauigkeiten im Rohbau erreichen und damit Baumängel weitestgehend ausschließen können. Für unsere Besucher auf den Baumessen halten wir natürlich immer spezielle Pakete bereit, die für diese Interessenten dann besonders preisgünstig sind, sodass also immer auch eine besondere Überraschung mit dabei ist. Und wir freuen uns immer, wenn uns möglichst viele Interessenten auf unseren Messen besuchen. über Los Angeles Berlin K K K